ja hallo zusammen wir kriegen heute wieder irgendwie 800 batterien ja die kleber müssen weg sonst nimmt er uns den container nicht zurück morgen morgen ja 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 und ja 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 hier ja ja Ach ja, wir haben noch ein Netz. Ja, ja, wir haben noch ein Netz. Ja, wir haben noch ein Netz. Ja, das ist hier vom Container. Ja, ich mache euch hier einen Link zu diesen Batterien. Da sind jetzt 10 Paletten drin. Irgendwo 800 Batterien oder sowas. Und wir sind wieder lieferfähig. Wir können die Batterien ab Lager liefern. Eben hier der Link zu den Batterien. Und hier ein zweiter Link, weiß ich noch nicht was. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.